Ein bisschen gestreut, was so zufällig ausschaut. Hat doch was. Finde ich jetzt. Schaut doch nicht schlecht aus. So. Das schaut doch schon mal nicht... Was war denn das jetzt? Schon mal nicht schlecht aus. Jetzt haben wir das da hinten. Bringen wir mal das Zeug zurück. Ha, ich kann doch gleich nochmal auslösen, wenn ich daran vorbeilauf. Wird zwar noch nicht wirklich mehr dabei sein. Aber warum nicht? Warum denn nicht? So, ich habe Hunger. Erstmal unsere Bräute wieder zurückgetragen. Ähm, zack. Zack. Sand haben wir einmal gekriegt. Glowstone tragen auch zurück. Glowstone. Zack. Erde. Erde, 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 Erde. Erde, Erde, Erde. Plastersteine. Den Apfel. Und das Blüm... Oh! Oh, das Blümchen tragen wir auch mal zurück. Ähm, dann hole ich jetzt einmal Eichenholz. 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 Eichenholzstufen. Da haben wir natürlich nicht mehr viel. Eichenholztreppen. Und ich nehme trotzdem ein bisschen Erde mit, weil das könnte uns beim Bauen helfen. Ein Stack Erde reicht da vollkommen. Würde ich jetzt mal. Behaupte ich jetzt mal, dass uns ein Stack Erde reicht. Ich werde nicht aufs Erde so ein kleines Christ bauen. Döndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndönd die Lohnen ich habe zwar noch keine Ahnung wo wir das jemals brauchen wir haben sollt wenn ich mich mal meinen Dorf zu könnten 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 Hallo ihr zwei so ich habe ich hier oben nämlich etwas und dafür werde ich trotzdem erst mal ein Gerüst aus Holz bauen schätze ich mal schätze ich mal ein Gerüst aus Holz werde ich erst mal bauen er aus Erde dass ich hier ein bisschen laufen kann mich wird eh wieder irgendein Viech runterschießen ja doch lassen wir es so oder machen wir noch ein bisschen weiter und jetzt 45 habe ich 30 Blöcke von da vorne weg wären so 30 Meter würde das so circa entsprechen so 30 Meter würde das so circa entsprechen hm ist die Frage machen wir jetzt da schon was her oder erst noch ein bisschen weiter hinten ach mach mal alle 45 Blöcke was hin alle 45 Blöcke hier wäre das dann okay und es wird natürlich Nacht das heißt uns werden die ganzen blöden doofen Viecher hier runterschießen wollen oder wir schmeißen uns selbst runter aber das ist jetzt nicht so tragisch wir haben ja hier unseren Block aufgehoben so au seid ihr laut habt ihr ein Bass okay müsste ich ja hier eine Stufe hinmachen müsste ich hier eine Stufe hinmachen natürlich wollen sie uns angreifen war mir klar von vornherein oh wir sind schon am Ende meins schützen irgendwo hier noch nicht gut gut keine schützen hier jetzt hat muss ich mal äh zack die Werkbank nehmen und mal etwas Holz herstellen und aus diesem Holz mache ich jetzt Stufen Eichenholz Stufen eins zwei Stacks zwei ja mach mal mach mal noch ein Stack mehr so zack und auf die auf die Werkbank das ist schlaue Idee von mir auf die Weltbank ähm so machen wir mal bis hierher auch Mensch immer diese Konstruktionsfehler schlimm warum machen Stufen keine Trittgeräusche schon wieder zu nah ich halte lieber mal die äh Taste fest nicht dass ich runterfall das will ich nicht will nicht runterfallen möchte ich echt nicht muss nicht sein Aua hm Mensch so so wie ist das da ein Zombie auf dem Dach Jetzt ist er nicht mehr am Dach. Selber schuld. Und jetzt ist er nicht mehr am Dach. Puh, keine Stufe mehr. Ich habe ja gesagt, wir bauen einen Wall. Und wenn du einen Baumarkst und einen Wall richtig. Also wir tun jetzt hier richtig schön. So, zack. Man kann rausgehen. Ich kann natürlich keine Fackel draufsetzen. War mir klar. Weil das ja nur ein halber Block ist. Aber ich kann hier Fackeln draufsetzen. Ich mache jetzt 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt hier... Au! Au! Hört doch auf! 1, 2, 3. Das heißt hier müsste das nächste Licht hin. Okay. Wir sind gerade etwas nervig. Ich habe ja nicht vor gleich ein bisschen mehr zu bauen. So. Wollte ich aber sagen, machen wir hier nochmal. 1, 2. So. Na ne, hier geht es gar nicht runter. Hier geht es runter. Gut. Haben wir das. Die Seite haben wir jetzt fertig. Ich hole mal schnell meine Erde zurück. Hallo. Ich mache die Tür ja schon zu. Keine Sorge. So. Und ich nehme hier mal meine Schaufel. Schaufel. Bis zum nächsten Mal. Ich mache die Tür. Ich mache's. Vielen Dank.